die ist nicht die schon ausgelöst worden ich kann jetzt erstmal links weiter erkunden dann sieht ja alles noch total unerkundet aus wieso gibt es denn hier keine da unten ist da nicht im Trial, wenn man sich sicher hat, dass es im Trial ist oh nein, schnell macht die Mako-Kotik mhm da ist noch eins, Alter ein Rache erhöht die Länge auf die Insistibilität, nachdem die Damage zu erledigen die Straftatik, die Straftatik, die Straftatik da sind so zwei Dinger, flickern wir da ne Soul her oh geil, ich hab grad zwei Tortschleppen lol aber ich will nicht wieder zuhören ja, ich glaube auch naaah das ist doch gut wow wow ah nice, da ist auch noch richtig links durchbuddeln alter naa also da noch ein Stück drin ich hab direkt unter mir äh, ich hatte eben noch ich hatte da eben noch Zinamit ups ah da kam so ein paar Viecher an ja, ja, alles aber sehr bekannt aus und dafür tue ich mich gerade hab keine Ahnung, aber haben wir nicht immer irgendwo mal so ne Fackel gesetzt ja eigentlich schon aber hier ist nichts da ist ne Falle ist da wo ja stimmt oh ich wollte sie gerade wieder auslösen ja, da war noch ne Falle unter uns ah, die ist jetzt gerade auch ausgelöst worden mein Gott wenn wir uns immer noch One-hitten die Fallen ja, ich glaub schon oder fast das wär ich glaub ich ärgerlich ja, schon der eine hat kaum noch Leben also werde ich da jetzt schiz lol, die grünen die grünen Quallen geben auch, äh so ne Saul ab so ne Saul ab so ne Saul ab ja, cool keine Ahnung genau ja, dann gehen wir weiter weiter links das spielt ein Herz was willst du das jetzt da ablaufen lassen, oder was? ja, keine Ahnung wir können auch da runter und da zubauen ja, klingt super ist das gepasst? ja die guten Copperbars oh oh oh, warte noch ach, hier ist eh nicht so viel aber dann kommen wir hier runden hier lang und wir haben 28 Flaming Arrows und wir haben 28 Flaming Arrows ne Quick Cloud in a Bottle ne Quick Cloud in a Bottle äh wo ist die Cloud in a Bottle? Double Jump oh aber man zieht so ein bisschen Fackeln 16 Fackeln 16 Fackeln äh die Pfeile muss ich dir selber da raus holen ich hab keinen Platz mehr krass jetzt hab ich über diese Zerfolg ok, man kann ich über die Zerwecke was nix davon wegschmeißen? äh krass krass woher könnte es mir ja noch ein paar Sachen geben ich hab mich noch mal aus ich hab nur noch einen Lustig den ich noch mitzah also ich hab also ich hab f*** mal andere an ich mach f*** mal ja warte mal der Double Jump funktioniert sie nicht mit den wem Team Quads ne? ne ich mein nicht ich hab auch ich hab auch fast ich hab auch fast die ganze Reihe frei also ich kannst ruhig was auf dem geben wenn du magst ja aber das ist so ein Traum ja hier waren wir schon machen also irgendwer wir haben jetzt zurück erstmal das ist wie das gebaut ist ja lass es mal machen wir haben mittlerweile so viel Stuff mit das wäre echt ärgerlich wenn davon weg wer kommt na klar wir können uns immer noch hinter der Corrupt äh hinter der Hello und dann unterbinden oder wir können auch mal gucken dass wir mehr Hello äh aussehen warte ich geb dir erstmal hier die Ärzte ich würde jetzt gerne in den Kampf gehen äh aber wir werden nicht zurückgenommen du hast doch Adamantit Corbolt bitte pack der mir irgendwie in die Truhe da in der 7 Adamantit dann pro Person Corbolt bitte nö nö zack nö 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 k nö das ist nicht hat Adamantit da ja oder? oder? oder Koppa Ja, Koppa. Yeah, Koppa. Das ist aber Adam. Das ist auch Koppa, oder? Da ist... Das ist erstens Adamantit und zweitens ist da Lava. Das ist immer noch Pearlstone hier. Oh, durch den Koppa raus. Ich verstehe. Wie viele Souls hab ich eigentlich? Mittlerweile nur 8, ey. Ja, das ist so. Wie viel hast du? Ja, 7. Da fehlt es immer noch 10 pro Person, ey. Wenn die Federn nicht so, also die Wings nicht so geil sind, wie die Chicken Wings von KFC, ey, dann bin ich aber sauer. Und damit waren dann wieder 500 Euro auf Peters Konto. Für Werbung. Cool. By the way, möchte ich nochmal McDonalds und Burger King erwähnen, die auch sind. Ganz besonders Burger King. Oh, ich hab noch 41 Leben, seh' ich gerade. Du hast 137, du Acker. Ich... Aber hab aber gerade schon das Ding genutzt, also ich hatte 41 und hab dann eine Potion genommen. Da musst du jetzt extra kervoll sein. Und jetzt nicht sterben. Ich teleportiere dich, teleportiere dich, teleportiere dich, teleportiere dich. Brauchen wir noch einen Mitri Lambos? Ne, da haben wir schon einen stehen. Ach, da oben. Oh, hab ich viel einer. Da kommt schon, ich komm auch zurück. Ah, sieben Barren müsst ihr mir nicht geben, ne? Nur sieben Ohren. Sieben Ohren nur, pro Person. Okay. Ja, dann geb ich dir einen Barren und die zwei Wochen raus ist später. Ich hab kein ganzes mehr. Dann hörte ich auch gern die Barren wieder. Achso, ja. Äh... Dann nehm ich mir einen Barren eben. Oder hast du das Ohr noch da? Wahrscheinlich nicht, ne? Der kam genau aus. Wo bist du denn? Direkt unten im Betrug. Achso. Ich flieg weg und seh den nicht. Was hier? Du bist da noch irgendwas etwas wir gebrauchen könnten, ne? Das ist dann doch irgendwas wir zwar gebrauchen könnten, ne? Bitte? So Oramantik Ähm Legends Hass Was Ich hab die Sachen da reingetan. Könnte man denn nochmal die Tränke aufwerten? Wo man das konnte? Die richtig guten Tränke, dafür brauchst du keine... Keine richtigen Tränke. Die machst du ganz neu. Falls du die willst. Und mir zuhörst. Ja, für irgendwelche Moped braucht man doch... ...ja, Pilze. Achso, das sind die normalen, oder? Auf jeden Fall musst du da an diesen Trank da... Ach, Quatsch, Trank da an diesen Tisch gehen. Tisch mit Flasche drauf. Tisch mit Flasche drauf. Ah ja. Hallo, Tisch mit Flasche drauf. Ah ja, da, Healing Potion. Nice, Peter. Kein Ding. Nice, Peter, danke. Alter, ich müsste schon mal von mir aufbauen, wenn die Kisten war, sonst bin ich schon nicht mehr durch. Ja. Also die oberen beiden Reihen müssten beide dir gehören, Peter. Müssten? Ja, außer ich hab mich vertan und hab irgendwas nicht aufgeteilt. Fatal! Fatal? Ja. 24 Sol of Slides. 25 Sol of Slides. 25 Sol of Slides. 25 Sol of Slides. 25 Sol of Slides. Hier war ich. Aber hier. Ja, müssen wir schieben. Ja, aber auch 24. 24? 25. Ja. Das ist natürlich kack, ja. Jep. Okay. Wo hier drin? Doch, mehr Bomben. Ja, das ist klar. Zwischen und die ganzen Bomben. nicht. Wilch. Es wird was los. Wie. Wie soll ich THAT BACK. Sie werden ich auch nicht. Das ist alles klar. Ich hab's für das kleine Bein. Ich bin hier ja gerade nevielfaktig. Der eine Beinheit hat. Ah, ich kann das nicht alles klar. Ich weiß die ganz alten Sachen, die ich noch hab' Ja Peter, was ist der nächste Plan? Boss oder was? Braucht man den Adamantit-Drill für irgendwas Bestimmtes? Bislang wüsste ich's noch nicht wofür Magical Heart Cool Entweder Boss oder uns die restlichen vier Soul of Light holen Bei Boss dann aber zu viert, dann müssten alle vier breit sein Breit Oder bereit Dann würd ich schon fast sagen, lass noch mal die Soul of Light holen, damit wir da ein geilen Kampfding haben Ein Kampfding? Für den Kampf, ja, so ein geiles Kampfding Wieviel macht denn das Alamantit-Schwert? Damage? 44 Alter Der aufgebesserte Lichtschwert, das ist 54 Aber ich weiß, ihr braucht's Braucht man das nicht? Ja, du brauchst das, weil du das andere Schwert hast, aber das haben wir ja alle nicht Heißt das wirklich Light Saver? Das heißt Face Saver So, das hätten wir wahrscheinlich wieder die Sache mit dem Urlauber recht Du kannst nämlich dein aktuelles Face Saver kannst du irgendwie aufbessern, aber nicht bei dem Bei dem Mongo Typen da, sondern tatsächlich mit irgendwelchen Sachen Ich find das aber krass, dass dieses Lichtschwert sich genauso fast anhört wie bei Star Wars Face Blade Face Saver Lava Alter, das ist ja riesengroß Dafür braucht man diese Crystal Shards Das kann sein, ja 50 Stück, da sind viele gefunden, haben grad einen Lava kein Ja, wir sind die ganze Zeit natürlich Corruption gelaufen Achso, die kriegt man wahrscheinlich nur in der Helle, oder? Genau Hier gibt's schon ein paar Cool Ja, aber Moment, das agile Ja, Moment, das adamantitschwert ist aber agil Also fast speed hat das Ja, ich baue das auch Weil ich will ja sowieso nach Akalibur haben Ja, Moment Hast du die Masamuse? Masasume? Das ist ja Masamume Muramasa Na, dafür musst du denn das nochmal ein eigenes Server aufmachen und dann da Da brauchst du doch gar nicht Felix Kalibur brauchst du Kobaltschwert Ja, das wird Adamantitschwert und 20 Solo von Meit Ja, dann hast du Nice, ja, dann kann man das ja auch später bauen Also Jay, Kobalt und Methil noch mitnehmen, ey Kobalt habe ich sogar noch 50, äh, da so 3, ja, ich glaub 30 oder so an, äh Ach da ist Ach so, okay Ach so, okay Ich weiß ja nicht wieviel du hast Ich weiß ich jetzt leider auch nicht mehr auf dem Kopf Ich weiß, dass ich auch noch was hab So, mit dir dann, so